Was ist mit dir denn jetzt los? Ja dafür nehm ich den hier mit. Ey ich frag gar nicht. Ich sag jetzt ich kann ja nicht noch mal bei der Omi speichern dann ne wenn ich nächstes Level reinkomme. Doch kannst glaub ich zurück gehen. Bist du nicht eben das gleiche Problem? Naja. Hatte ich nicht. Ich hatte das bei dem bei dem jumpen wo der dann jumpt. Bist du jetzt warten wenn der runter kommt? Jetzt. Das geht dreimal. Und tot. Nein nein bin ich nicht. Ich hab das 10 T kaputt gemacht. Ich lad nicht lad es wenn die doch tot werden. Zwei Leben ey ich krieg nen Anfall. Du bist nen Anfall. Muss ich nicht bei der Omi speichern wenn ich jetzt Game Over gehe dass ich dann da wieder kann. Ja aber ist doch eigentlich gut oder nicht? Ja schon. Tschüss. Wheelie. Wir hören aber eine Stunde auf ne? Boah dieses Kurzlevel. Immer dieser dritte Geist. Das Kaiser Mario für Arme. Ja ja. Erstmal wenn die Kaizo Version davon spielt. Zehn. Zehn Fässer davon. Meinst du? Was? Und tot. Häufig. Ist immer so gemeint zu mir. Er kommt immer in die Mitte. Ja. Fuck. Das darfst du auch nicht zu nah gehenden Boxen. Alles kaputt. Alles deine Schuld. Nö. Doch. Du merkst aber immer wenn er kommt. Zu der Stelle da. Weil dann das Bild nämlich da hängen geht. Mhm. Fuck. Das war zu langsam. Fuck. Das war schlecht. Ja. Tram. Tram. Trito. Trat. Trolala. Flasch. Hatten. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 6. Ich kann dieses Level nicht mehr sehen Wo landest du eigentlich, wenn du Game Over gehst? Beim Boss Bei der Biene wieder Oh Kretra-Trolala Was machst du? Ausrasten gleich Och man, das gibt's doch nicht Ich drück hier, weißt du, hier Das hier, die ganze Zeit Interessiert mich nicht Ich hau mich gleich mit dem Kopf auf den Tisch Dann wird das richtig laut hier Ja, weißt du das hier Mach das so wie Black Wenn man, dass man das richtig hört So Mann Ha Und der macht das für schnell Hol das was Ach, das ist doch irgendwo, ne du Fettsack Ah, ich krieg' Klabuster, Mann, ey Bist'n Klabuster, Mann, ja Du riskierst es aber auch zu sterben, ne? Wieso? Wollte deswegen Der wird nicht extra langsamer für dich Klar Wieso auch nicht So, jetzt kommt der lustigste Teil Oh, nö Nein Ja, komm, ich mach noch einmal Let's go Die freut sich so schon Ja, wir verlieren schon wieder Ja, da ist schon wieder rein Wow Haut schon wieder rein da Und rein da Und rein da Ich nehm alles mit hier Wie immer Da fährt extra rein Da hab ich jetzt keine Scheu mehr von hier Nein, den mach ich nicht kaputt Ich bin immer so kurz davor Ja, das wird man gar nicht Tot 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 Zum Glück kann man das beim dritten Mal ruhig So eptileppische Anfälle Ja, aber zum Glück kann das beim dritten Mal ruhig passieren Ja Ja gut, passieren kann es auch Und darf es eigentlich auch nicht Wegen dem Fass Wenn du schnell genug bist Dann kommst du nicht ans Fass ran Deine Oma? Deine Oma vielleicht? Nee Nein, wieso nicht? Du kriegst eine App, die Lettrischen Ja, komm Quatsch Jetzt kommt ein Jump Ramp Lauf Spring Achso, ich muss springen Cool Das hab ich vergessen Best machst das auf so einem kurzen Stück Ach komm, einmal schaffen wir noch Bob, der Baum ist er Du bist Bob, der Baum ist er Du musst dir so einen Gurt Du musst dir eine link- oder rechte Ecke aussuchen Dann gehst du ihm unter dem her Hatt ich doch vor Das geht relativ gut Ich bin noch nicht gesprungen, du Arsch Ich hab's das sehen nicht mit dem Boss Das ist behindert, der Boss Nee, der ist ganz easy Nein, ist er nicht Lustig wie der Boss hier Ja, heule Oder hast du immer noch Zeit, sich umzuziehen, ne? Hä? Hä? Ich hab gesagt, dass er noch Zeit hat, sich umzuziehen Mhm Wie viel Zeit ist denn bei dir noch? 20 Sekunden Achso Komm, einmal mach ich noch Ja, mach du noch einmal Ach, das ist doch nicht wahr Das kann doch nicht wahr sein Ich geh gleich fappen Eeeh Leute, die uns nicht kennen, die würden auch denken Was haben die denn für einen Knall? Haben wir immer Meinst du, wo ich bei jedem immer der, wo ich sehe, der abominiert, immer Willkommene, Bekloppen an mir schon reinschreibe? Okay Ja, ja, der Flash, der ist so behindert Nee Doch War das Nummer 2 oder Nummer 3? Es kommt gleich Nummer 3 Oh, da ist er schon Nummer 3 So Nee, du fappmeister Na, Fässchen und wieder Gleiches Spiel wieder Ah, fick dich Einmal noch Also ist gut Ja, ne? Ausnahmsweise Aber ehrlich, echt ausnahmsweise Und da ist es fast weg Nein Ah, ich bin so blöd, ne? Das behaupten viele Leute Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Danke, ConCutry 2 Tschau, tschau Tschüss